Der Torwart war da, ne? Einer war da hinten an der Wand, der hat so ins Tor geschossen und der Torwart, der war ganz weit vorne. Und wer hat das Tor geschossen? Keiner. So einer mit schwarzen Haaren. Eigentlich sind alle schwarzen. Was ist das denn für eine Steibe von dem Nudi? Ja, so kenn ich ihn. Nehme mal irgendwie einen Foul raus. Akedal hätte eine Chance, wenn Hassan die ganze Zeit draußen bleiben würde. Ach für eine Maschine. Das war der 2.0 für FC S.V. Kurdistan. Vielen Dank. Al raza. Nehme mal. Wir sehen uns immer schön. Wir sehen uns immer so. Mach das noch mal. Wir sehen uns immer schön. Wir sehen uns erst mal. Wir sehen uns jetzt. Vielen Dank.